Also, was wissen wir über sie? Praktisch gar nichts. Sie redet nicht. Das ist schon merkwürdig. Kein Hinweis auf eine Familie? Nein. Vollkommen ungezähmt. Unglaublich. Danke, Herr, dass du dieses unschuldige Kind in meine Hände gibst. Möge sie ein Beleg für deine Güte sein. Gib Schwester Jennifer die Kraft, Worte über ihre Lippen kommen zu lassen. Und möge diese neugeborene Seele, wenn sie dir gehorsam ist, über jene Dinge sprechen, die Philomena für uns getan hat. Es gibt kein Nachher ohne ein Davor. Ich weiß, wo sie ist. Ist Gott noch da? Ja. Und er liebt dich. Und er will dich retten. Eine Frau war auf der Suche nach dir. Ihr habt sicher schon von dem wilden Kind gehört, das erst vor ein paar Monaten zu uns kam. Man hätte sie kaum ein Mädchen nennen können. Ihr seid heute hier, um Zeugen der Macht von Gottes Gnade zu werden. Schmeiß sie raus!